ALOMBRES MAMO GAMERFOL MAMO ESPAÑOL NESE GUTO COMO YES BAS MAMO DUDE der Typ kommt mir an legit vor bisschen summa sagen wir das mal so ich seh grade glaube ich nicht sehr viel legit aus Aua Ich spiel hauptsächlich mit FORGE weil ich die CORSORMOD einfach richtig geil finde und die mein leben mod einfach gar keinen Bock hat zu funktionieren Also dieses Kasten-Korse ist sowieso scheiße. Also das, was es bei Navy Mod gibt. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der wirklich gut Reduced oder ob der Reducer anhat. Auf jeden Fall. Ihr habt das Gefühl, dass der aktiviert hat. Ich gehe einfach ganz kurz in eine neue Runde. So, neue Runde. By the way, ich muss jetzt auch momentan vorproduzieren. Ich muss momentan auch vorproduzieren. Deshalb, ähm, also ich muss halt heute für die kompletten... Aua, da hat er mich einfach noch eklig ausplayt. Ähm, da war ich nur einfach eklig unfähig. Also ich muss, wie gesagt, für den nächsten Tag vorproduzieren. Und ich weiß nicht, entweder da kam es gestern oder es kommt morgen. Ich werde einfach alles in die Upload-Q packen und irgendwas dann, ähm... Oh, fuck it. Das war schlecht drin gemacht. Ich werde einfach alles in die Upload-Q packen, was ich so habe. Und dann einfach irgendwas... Aua. 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 Ähm, ich werde einfach in die Upload-Q packen, was ich habe. Und das dann alles für irgendeinen Tag dann machen. Also dementsprechend... Weil jetzt erwartet bitte nicht die richtige Antwort. Ähm, auf jeden Fall... Ich werde... Auf jeden Fall ein Ulef-Video machen oder gemacht haben. Schaut es euch ultra... Äh, real life. Genau, ne, real talk meinte ich, sorry. Ähm, real talk-Video machen. Zum Thema, ist Minecraft wirklich tot? Ja, man... Ich habe mal gucken, nein, gezogen. Ähm... Weil... Viele Leute sagen, dass Minecraft tot ist und... Da möchte ich dann auch mal meinen Self dazugeben, weil es mich einfach betrifft. Aber das werde ich dann in dem Video einfach erläutern. Ähm... Ich überlege gerade... Ich hätte theoretisch ne... Real life story... Äh... Wollt... Warum hat man angemacht, dass ich gerade kein... Perfekt! Ich kriege den Punkt, wenn er liebt. Ehrenmann. Äh... So, neue Runde. Ja, moin. Use Maschinen. Hau an. Ich könnte theoretisch jetzt ne real life story raushauen. Aber ich weiß nicht, ob ihr da so groß Bock drauf hättet. Das mache ich in einem anderen Video. Jetzt wird dieses Video einfach gameplaylastig sein. Oh. Und... Dann muss es genug sein. Aua. Aber ich muss sagen, ich habe... Ähm... Ich habe rausgefunden, wie MissDNAs Switch-Methode geht. Also für die, die nicht wissen, was ich meine... Pff... Die schauen halt einfach nicht, MissDNA. Und... Für die, die wissen, was ich meine... Ja, ich habe halt rausgefunden, wie die funktioniert. Und damit kann ich jetzt auch ganz nett high-CPS-Playen. Ähm... Auch wenn der gerade ein bisschen besser spielt teilweise. Ja, der ist halt gut. Das muss man ihm einfach lassen. Der ist ziemlich gut. Wie safe ich mich, wenn ich dann runterlaufe, wenn ich fragen darf? Na gut, aber... Ich würde mal sagen, gegen den schwitze ich jetzt noch auf einen Punkt. Aua. Nein, ich schwitze darauf, dass ich einen Punkt habe. Das hast du ein bisschen falscher Stand mit. Und dann wird es auch schon wieder gewesen sein, weil ich heute halt für drei Videos Aufnahmen machen muss. Weil das habe ich die letzten Tage verpeilt, dass ich noch produzieren muss. Und... Ich habe deswegen gestreamt, aber das hat auch Bock gemacht. Ja, moin. Ja, moin. Er belebt es halt einfach mal. Oh. Ja, moin. Oh, loin. Hä? Der ist... Gut sein. Muss man es dann... Bisschen komisch aus, aber okay. Ich glaube... Wir belassen es dann jetzt auch mal, weil ich glaube, dass ich gegen den nicht gewinnen werde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra über Like, Abo, etc. freuen. Bis dahin. Ciao.